wie heißt der berg überhaupt fuß der gaea klippen das klingt weiblich oder also ist der berg weiblich ach egal wir besteigen die schlampe was also den berg ja das war ein berg oder da ja genau so besteigen ja ohne steigbügel und natürlich mit gegner warum auch nicht die sagen nein nein die gibt es ja auch die gibt es ja auch böser atem geil dass wir das gelernt haben das ist die kräfte scheiße ich dachte die gibt es hier echt die gibt es hier echt ich krieg's nicht mit wie heißen die möbel möbel ich weiß es nicht mehr weg mit dir zum glück hat das das dieser dieser böser atem das ist das übelste was man überhaupt haben kann haben wir das böser atem böser atem ja haben wir alle sehr schön moment drücken 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 warm 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 wir müssen warm werden zoni hilf mir so ok jetzt hängen ja auf den klippen schon diese möbel rum hier morbel genau habt ihr das gesehen also in zum glück war cloud jetzt hatte was der schleife wo er jetzt gegen das meiste immun ist aber stellt euch vor ihr habt alles ihr habt wirklich alles sämtliche kräfte am arsch psycho tobsucht vergiftung blindheit schweigen reigen reigen neigen moment 27 grad dürfen wir glaube ich gar nicht erreichen komm auf 38 hoch bitte 39 geht auch nie 38 rubbeln wir uns hoch auf 100 grad so und jetzt kann es hier auch weiter gehen so man hat jetzt im nachhinein gesehen wie viel wir verpasst hätten wenn wir das jetzt einfach weitergegangen wäre kein mobil bitte achte ja naja gut da habe ich jetzt was gutes vor und zwar werden wir hier mal regeneration reinhauen er manipuliert ihn mal sehr schön und denken gehen wir ein bisschen drauf dass wir ein paar limits ein bisschen hoch müssten können müssen wir leider alle extreme machen die bvv dvd 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 ihr ja sehr schön So. Schön, 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 schön. Und gleich nochmal. Ja, die Regeneration. Seht ihr, wie schön das ist? Schön hoch und down und hoch und down. Gefällt mir. Noch einmal, wenn wir das machen. Wenn wir dadurch nicht down gehen, heißt es. Ich glaube aber nicht. Zuni hilft dann noch einmal nach. Ja, ist schon sehr eng. Aber ihr seht, wir können damit unser Limit ein bisschen pushen. Ist ja gar nicht mehr weg von uns. Er bleibt unter unserer Kontrolle. Na, die Regeneration geht immer noch weiter. Finde ich gut. Der scheint genug MP zu haben. Aber ihr seht, das Limit wird bei allen anderen mehr aktiviert, als wie bei Zuni. Einmal müssen wir noch. Ich glaube, die Regeneration ist jetzt vorbei. Hält also auch nur eine gewisse Zeit. Sehr schön. Nein! Na gut, egal. Die, 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 die. Der war ja schon bei einem Hit weg. Und Apochart. So, ich glaube, wir können hier gleich hoch. Weil diese Stifte, die hier im Weg lagen, sind ja jetzt weg. Oh! Du schon wieder? Du willst dich rächen, oder was? Hier. Ach, Zuni. Ein Gift plus eins. Sehr schön. Wo lang geht's hier? Ah, hier. Hier waren irgendwo die Stifte im Weg, oder? Ah, genau. Hier sind wir stehen geblieben. Lass mich raten. Ah, diesmal das andere. Okay. Na, na. Ja, du kannst ruhig. Was, das heben wir uns mal noch auf. Oh, zum Glück hatten wir den Morbul da nicht zu lange am Hintern. Ei, hier knallt's und explodiert's in der Folge. Das ist, äh, nice. Ich bin allerdings am überlegen. Erdwürgel erhalten. Nice. Das muss auch die dritte Stufe sein. Prüfen. Greift alle Gegner an. Sehr schön. Somit haben wir die vierte Stufe bereit. Das ist geil. Erdwürgel schauen wir uns auf jeden Fall noch an. So, wo geht's denn hier lang? Da. Ah, jetzt geht's weiter. So, 36 Grad und es wird noch heißer. Mach den Bied. Ja, leiser. Gehen wir erstmal nach rechts, oder? Offensichtliche Wege machen wir erstmal nicht. Nicht, obwohl, das ist ja auch, das ist ja auch ein Weg. Moment, ein bisschen rubbeln. Rubbeldi, rubbeldi, rubbeldi. Rubbel, rubbel, rubbel. Sehr schön. Da kommen wir jetzt nicht weiter. Hier jetzt allerdings auch nicht, hä? Was hatte das jetzt für einen Sinn? Wieso sollte ich jetzt dann nach rechts gehen? Ah ja. Okay. Wird schon einen Sinn gehabt haben. Gut, gehen wir nach oben. Erdwürgel. Meine Güte, das sagt mir gar nichts. Manche Namen klingen hier auch anders. Ich hatte es damals auf der Playstation gespielt. Da hieß der Kreuzheb noch... Ne, der Querheb hieß da noch... Moment! Schnell, 27 Grad. Nein. Hüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Kreuzhieb, was meiner Meinung nach auch besser passt, weil das wie ein Kreuz aussieht, was er da schlägt. Hier geht es jetzt auch wieder hoch. Da links wäre es auch lang gegangen. Offenbar. Ne, ich gehe doch erstmal links lang, oder? Hier oben. Ja. Lass mich raten, Möbel, oder? Ne. Ach, wisst ihr was? Ich habe auf euch kein Buff gerade. Tschüssi. Giftiger Buff. Was? Buff? Buffet, oder was? Egal. Weg mit euch. Tonadu Eve. Huah. Grüßtchen. Ihr Penner. Da, 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 da. So, jetzt hier links lang. Genau. Das sieht aus. Wie, nach rechts? Da komme ich gar nicht woanders lang. Ach so. Da komme ich nur wieder zurück. Na gut. Nochmal hoch rubbeln. Rubbel die, rubbel die. So. Moment mal, Moment. Gibt es da hinten auch lang? Da geht es auch lang. Guck mal, einer schau. Fragt sich bloß. Sattgasse. Ach so. Oh Mann, und das ohne Absicherung, ohne Steigbügel, ohne Bügel und ohne Steigbügel. Egal, wir besteigen die Schlampe. So. Ah. Eine Höhle. Ah. 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 Komm, Cloud. Du schaffst es. Ja. Ja, ja. Äh. Äh. Oh. Hm? Eine kristallene Höhle? Mit einem Speicherpoint. Ja, immer speichern hier. So. Okay. Da geht es nicht. Ja, ja. Wir wissen es. Wie geht es? Ah. Nicht hoch, oder? Och, du schon wieder, du Lappen. Ja, komm. Hä? Zauberatem erlernt. Was? Wir sind gleich da. Was ist denn das? Was war denn das jetzt? Zauberatem? Was ist denn das für ein Vieh? Was war denn das für ein Vieh, bitte? Zauberatem? Moment mal. Moment mal. Moment mal. Moment. Das Vieh kam erst, nachdem wir gespeichert haben, nicht wahr? Gut, ich lade das nochmal ein. Ich komme gleich drauf zurück, warum. So, da sind wir auch schon wieder. Und zwar erzähle ich auch gleich, warum. Und zwar, ich weiß nicht, ob es jetzt das Vieh ist, aber hier, ich habe gelesen, irgendwo in Gaer-Klippen oder so ist irgendein Vieh, was nur ein einziges Mal erscheint. Nur ein einziges Mal. Und von dem kann man eine Materia nehmen, beziehungsweise bekommen wir Feindeskennen. Wenn es jetzt das Vieh ist, will ich lieber aufs Ganze gehen. Und das müsste ja direkt nochmal kommen jetzt. Oder auch nicht. Oder? Hm, haben wir jetzt irgendeinen Fehler gemacht? Ne, äh, wir laufen hier einfach mal noch ein bisschen rum. Weil dieses Vieh, äh, soll irgendwie nur einmal kommen. Ich weiß jetzt nicht, ob es das Vieh ist, aber... Ah, Fakt ist, wir brauchen, wir wollen das Feindeskennen haben und wir werden das wohl auch nur überleben, wenn wir, äh, das überleben, ja. Nur wenn wir es überleben, können wir es bekommen. So, wir müssen nochmal gucken. Das war so ein Zauberatem. Genau, ich glaube... Ich weiß es nicht mehr, weil ich glaube, das war es eigentlich. Müssen wir noch ein bisschen rumlaufen, hier. Komm, euch lösche ich mal aus dem Universum. Giftiger Barf. Ja, 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 ja. Löschen. Oder war es doch nicht, das Vieh? Aber die Feindes-Technik sah schon relativ heftig aus. Müssen wir mal gucken. Aber ich glaube, ich hatte auch gelesen, dass es dann immer als erstes Monster kommt, irgendwie. Hm. Oder war es das doch nicht? Da ist es! Los, jetzt bitte überleben. Ist es das Vieh? Ich weiß es nicht. Gucken wir mal, das sah genauso aus, oder? Wir bleiben erstmal hochgeheilt. Ja! Ja! Das ist es. Okay. Ja, ja, okay. Haben sie alle gelernt. Sehr schön. So. Oh, schön. Nach dem Erfolg muss ich erstmal nochmal eine Runde ließen hier. Mal ein bisschen spucken. Ich lese das später noch nach, nochmal nach, ob es das war. Aber ich will mir auch nochmal sicher gehen. Ja, ich glaube, das Vieh macht das auch nur einmal, irgendwie. Oder so. Ja. Okay. Ich denke, zum nächsten Part werde ich euch das mal genauer erzählen. Da werde ich mal kurz nochmal schauen. Ähm. Okay. An die Tour kommen wir nicht. Ha? Ha, 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 ha. Wir müssen uns heilen. So. Gut. Äh, speichern. Das will ich gespeichert haben. So. Okay. Gut. So, wie kommen wir denn jetzt da rüber? Können wir hier rüber? Springen? Nö. Ach, hier unten ist ein Tor. Elexi, okay. Beinahe übersehen. Gut. Dann gehen wir mal hier rein. Ah. Ah. Hm? Wer kommt hier? Hä? Oh, nee. Die gehen mir richtig. Die gehen mir einfach nur auf den Sack. Mehr, mehr. Mehr gehen die mir nicht mehr. Na, klatsch. Hö. Ah. Schade. Die, 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 die. Ei. Ei. Die Mistrie. Nee. Den Erd, äh, Wirbel will ich mir mal genauer anschauen. Ja. Bisher fand ich in der Nachtens stärkste Attacke war, ähm, dieser Sternenschauer oder was das war. Mondschauer oder irgendwie sowas. Da kamen so ganz viele Sternblöckchen runter. Sternblöckchen. Genau. Angriff von hinten. Nee, das hättet ihr nicht machen sollen. Gut. Na dann. Erdschirrme. Was? Ja. Boah, du bist doch gut. Nanaki. Was macht der? Der geht ja richtig ab. Der geht ja richtig ab. Habt ihr gesehen? Der, 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 das war ja gar nicht. Der, 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 Raserei. Oder so. Oh. Boah. 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 Vielen Dank.